So, wir haben hier unseren Brezenknödel mit dem O-Watzen und der Schnittlauchcreme. Da haben wir unseren Liebesapfel mit einer Drüffelcreme auf dem Cracker und hier unser Backhähnl mit Waldorfsalat, Backhähnl 2.0. Außenrum ist quasi Frühlingsrollen-Dreieck. Hier haben wir Weißhausknocker mit süßer Senfcreme und für Übel haben wir noch unser Beef Tartar mit dem gelben Rettig. Hier habe ich noch ein bisschen Lachs mit Blaukraut-Kimchi, unsere tollen Makarons und unser Kaiserschmarrn. Chris, wann bist du heute Morgen aufgestanden? Ich habe heute geschlafen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden, also trotzdem noch früh. Wahnsinn. Aber ich wäre gerne um 4 Uhr aufgestanden, einfach nur um alles nochmal Revue passieren zu lassen. Und wie findest du die Location? Die Location ist super. Die ganzen Leute, die hier heute mitbeteiligt sind, wir haben ja echt, muss ich sagen, schon den Mords-Gaudi-Cup gestern beim Aufbau, aber ich habe heute noch keinen mit schlechter Laune gesehen. Komisch. Das ist super, das wird sich wahrscheinlich mit deinem Essen auch nur noch weiter verbessern. Das denke ich doch oder hoffe ich doch.